Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Dienstag, dem 23. November 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 1123. Und heute habe ich die folgenden Themen für euch. Alexa und Cortana, Facebook und Instagram, Microsoft Lounger, Google Messages, Logitech Options, Samsung Free und die Apple Reparatur. Dann starten wir doch gleich mal mit Alexa und Cortana. Eigentlich im 2017 haben die beiden bekannt gegeben, dass sie miteinander kooperieren werden und somit beide Sprachassistenten in irgendeiner Art und Weise auf beide Gerätekategorien bringen werden. Das ist auch einigermassen passiert, somit ein Skill, damit ihr Cortana auf der Alexa nutzen könnt, aber auch umgekehrt einen einfacheren Weg oder einen komplizierten Weg, um Alexa auf den Windows-Rechner zu bekommen. Das scheint im September diesen Jahres eingestellt worden sein, denn mittlerweile gibt es die Möglichkeit, zum Beispiel Alexa direkt auf dem PC zu nutzen und wird teilweise auch schon vorinstalliert. Je nach Hersteller hat Amazon da gute Deals abgewickelt und damit ist das Ganze nicht mehr nötig. Weiter geht es mit Facebook und Instagram, während bei WhatsApp eine End-zu-End-Verschlüsselung hervorherrscht und eigentlich geplant war, das auf Facebook und Instagram auf 2022 umzusetzen, hat nun Meta, die Firma hinter Facebook und Instagram etc. der Geschichte einen Abfuhr oder einen Korb gegeben. Die End-zu-End-Verschlüsselung wird nicht vor 2023 kommen, was nicht heissen muss, dass sie 2023 überhaupt kommen wird, denn immer mehr Regierungen und auch andere Geschichten haben Mühe mit Verschlüsselung und deshalb möchte man da nicht zu arg vorpreschen, meint Zuckerberg und Co. Der Microsoft Launcher, ein Launcher, den ich früher auf Android-Devices gern genutzt habe und doch schon eineinhalb Jahre nicht mehr, hat wieder mal ein schönes neues Update bekommen. Dabei sind kleine Verbesserungen, vor allem aber wurde der Launcher und das Gesamtdesign, der Launcher-Feed etc. aktualisiert. Der Nachrichten-Feed wurde verbessert und die Umschaltung zwischen den privaten und beruflichen Apps wurde verbessert. Auch verbessert wurde die Google Messages App, quasi die iMessage-Gegenseite von Google, da wo normalerweise die SMSen reintröpfeln oder die RTC, wie heissen die, neumodischen RCS-Dinger. Ja, da hat Google nachgebessert, wenn nämlich jemand auf Apple-Seite einen Daumen hoch auf eine Nachricht gibt oder gab, gab es bis vor kurzem einen Hinweis, hat einen Daumen nach oben gegeben und das ist teilweise schon mühsam oder unschön gelöst. Jetzt kommen die Dinger gleich auf die Kommunikations-Bubble draufgepappt. Finde ich definitiv nicht den verkehrten Weg. Schön, dass Google da eine Lösung gefunden hat. Noch keine Lösung hat Logitech, wie sie mit den M1-Prozessoren, egal ob M1, M1 Pro, M1 Max und was auch immer umgehen möchte, denn deren Logitech-Options-App, mit der man Mäuse, Tassaturen etc. konfiguriert und einstellt und kompatibel macht, die läuft nach wie vor nicht auf den besagten Rechnern. Auch mit der Rosetta-Lösung scheint es nicht ganz so zu funktionieren, wie es hätte sein wollen sollen. Logitech wird die App einstellen über kurz oder lang und hat bis jetzt in der Beta-Version schon mal die Logitech-Options-Plus angeboten auf der Webseite, damit man sie runterladen kann und ausprobieren kann. Aber das soll zukünftig anscheinend die Lösung sein für all diejenigen, die mit Apple Silicon unterwegs sind. Dann gibt es noch Neuigkeiten zu Samsung Free. Das ist eine Samsung-App, die man kostenlos laden kann, mit der man Nachrichten und TV-Inhalte, Spiele usw. alles Mögliche konsumieren kann. Somit war es nur eine Frage der Zeit, dass da auch die lieben Podcasts mit drin auftauchen würden. Was es für welche sind usw. rundherum, das könnt ihr auf tele.geektalk.ch und oder im Podcatcher eures Vertrauens nachschauen. Da haben wir einen Beitrag für euch verlinkt. Und zu guter Letzt kommen wir nochmals zu der Apple-Ersatzteile und Reparaturmöglichkeit, die mit den iPhones im nächsten Jahr startet. Da hat Apple nun jetzt eine Absage in Richtung Anleitungen gegeben. Es wird also keine offiziellen Anleitungen seitens Apple geben. Auch ist herausgekommen, dass Apple nicht den Reparatur-Zubehör-Shop bedienen möchte. Das überlässt Apple einem Drittanbieter. Wer das ist, wie das Ganze funktioniert, wie teuer das ist, all diese Dinge sind natürlich noch nicht ausgesprochen. Und wir dürfen uns auf das nächste Jahr freuen, sofern uns das interessiert. Das war's mit den Neuigkeiten für den heutigen Dienstag. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Euch einen schönen und erfolgreichen Start in den Tag. Bis bald, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.